Pedro aus Caracas in Südamerika handelt mit Ananas, Ananas, beim ersten Sonnenschein spannt er den Esel an, dann hört man Pedro schreien, Ananas, ole ole, kauft Ananas, ole ole aus Caracas Pedro aus Caracas, der war noch nie verliebt und Pedro ärgert das Ananas bis er Rosita fand, die auch mit Ananas zog durch das ganze Land, Ananas, an einem Tag im Lenz, da ging's um Trauer da, Pedro mit Konkurrenz wunderbar, nun sieht er Jahr für Jahr, herum in Caracas, mit Weib und Kinderschar, Ananas, ole ole, kauft Ananas, ole 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 aus Caracas und salude jajajaja ja 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 ja